Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz Verstecken Peppa und Schorsch spielen Verstecken. Schorsch ist an der Reihe, sich zu verstecken. Er muss schnell ein Versteck finden, bevor Peppa mit dem Zählen fertig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, drei. Schorsch hat gerade noch rechtzeitig ein Versteck gefunden. Zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Peppa muss Schorsch suchen. Hab dich. Peppa hat Schorsch gefunden. Schorsch, das Versteck war viel zu einfach. Nun darf Peppa sich verstecken. Eins, zwei, drei. Ich helfe Schorsch beim Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Los geht's, Schorsch. Du kannst anfangen. Jetzt muss Schorsch Peppa suchen. Peppa ist nicht unter dem Tisch. Schorsch, schau doch mal oben nach. Peppa ist nicht unter dem Bett. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Peppa ist auch nicht hinter dem Vorhang. Da war wieder dieses komische Geräusch. Was kann denn das sein? Schorsch hat Peppa gefunden. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde, Schorsch sollte noch mal suchen. Aber Schorsch kann das noch gar nicht richtig. Bestimmt klappt es diesmal besser. Komm, Augen zu und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, 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 fünf, sechs, sieben. Oh je, Peppa wird Schorsch sofort finden. Fünf, sechs, sieben, sechs, sieben, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Oh, Schorsch ist ja gar nicht unter dem Tisch. Sonst hat er sich immer unter dem Tisch versteckt. Willst du denn nicht mal oben nachschauen? Ich weiß, wo er ist. Schorsch ist in unserem Spielzeugkorb. Oh, Schorsch ist gar nicht im Spielzeugkorb. Wo kann er bloß sein? Peppa kann Schorsch nirgendwo finden. Papa, ich kann Schorsch einfach nicht finden. Oh je, wo kann Schorsch nur sein? Sieh mal an. Ich glaube, hier steht etwas über Schorsch in der Zeitung. Schorsch, hab dich. Oh, Schorsch, das war ein tolles Versteck. Schorsch war die ganze Zeit hinter Papas Zeitung versteckt. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Zahnfee. Heute gibt es das Lieblingsessen von Peppa und Schorsch. Spaghetti. Was für ein Lärm. Fertig. Ah, jetzt herrscht wieder Ruhe. Was ist das? Ein Zahn. Wo ist der hergekommen? Peppa, schau doch mal in den Spiegel. Oh. Es ist mein Zahn. Er ist rausgefallen. Keine Sorge, Peppa. Es ist doch ein Milchzahn. Die müssen ausfallen. Krieg ich einen neuen, Mama? Ja, der wächst nach, Peppa. Und ganz bestimmt kommt die Zahnfee dich besuchen. Die Zahnfee? Die Zahnfee? Wenn du deinen Zahn unter dein Kissen legst, kommt heute Nacht die Zahnfee. Die Zahnfee holt sich deinen Zahn und legt dir dafür einen Goldtaler unter das Kissen. Wenn ich groß bin, will ich eine Zahnfee sein. Und was willst du werden, wenn du groß bist, Schorsch? Zahnfee. Ein Dinosaurier. Schnell, Schorsch, Schlafenszeit. Wir wollen die Zahnfee nicht verpassen. Bevor sie schlafen gehen, putzen sich Peppa und Schorsch die Zähne. Peppa, was machst du da? Ich putze meinen Zahn, damit er hübsch und sauber ist für die Zahnfee. Peppa kann gar nicht schnell genug ins Bett kommen. Sie legt ihren Zahn unter das Kissen. Für die Zahnfee. Schlaft gut, Peppa und Schorsch. Schlaf gut, Mama. Schlaf gut, Papa. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch, ich werde nicht schlafen. Lass uns die ganze Nacht wach bleiben. Ich will die Zahnfee sehen. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? Schorsch, hörst du das auch? Ach, Schorsch. Das Geräusch kommt nur von Schorsch. Er ist einfach eingeschlafen. Schorsch ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Peppa schläft tief und fest. Hallo, Peppa. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist. Schönen Dank, Peppa. Schlaf gut. Schorsch. Peppa, Schorsch, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich habe doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Peppa. Die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra. Du hast also doch geschlafen, oder? Ähm, also vielleicht, aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Picknick. Heute ist ein herrlicher Sommertag. Wie gemacht für ein richtig gutes Picknick. Papa Wutz trägt den Picknickkorb. Picknickdecke, Brot, Milch, Gurken und Limonade. Haben wir irgendwas vergessen? Mamas Erdbeerkuchen. Hat mir Spaß gemacht. Den Kuchen habe ich zuallererst eingepackt. Abfahrbereit? Jawohl. Dann geht's los. Das sieht wie ein guter Picknickplatz aus. Hurra. Genießt die frische Luft. Wir sollten ein bisschen Sport treiben. Ich will essen und dann schlafen. Ich will auf gar keinen Fall Sport treiben. Vielleicht sollte Papa etwas Sport treiben. Wegen seinem Dickbauch. Ich habe keinen dicken Bauch. Aber später werde ich Sport treiben. Auch wenn keiner mitmacht. Essen. Gute Idee, Mama Fritz. Ich bin sehr hungrig. Köstlich. Ich bin sehr hungrig. Bin ich jetzt müde. Aber wolltest du nicht Sport treiben, Papa Wutz? Später. Später. Da, da ist ein Ententeich. Mama, kann ich die Enten füttern? Ja, ihr könnt ihnen die Brotreste geben. Peppa und Schorsch verfüttern ihr ganzes Brot. Mama, ich glaube, sie wollen noch mehr. Aber das Brot ist alle. Ich glaube, sie sind jetzt satt. Tut mir leid, Frau Ente. Ich habe nichts mehr. Damit geben sich die Enten aber nicht zufrieden. So viel zu Papa Wutz und den Sportübungen. Äh, was? Ihr schon wieder. Ihr habt es doch gehört. Es gibt kein Brot mehr. Mama, es gibt doch noch Erdbeertorte. Na, wenn davon etwas übrig bleibt, kriegen es die Enten. Alle haben Heißhunger auf den Erdbeerkuchen von Mama Wutz. Ih, eine Wespe. Ich hasse Wespen. Rieg dich nicht auf, Mama Wutz. Ist ja nur eine kleine Wespe. Geh weg, du Wespe. Jetzt halt still, Mama Wutz. Dann fliegt sie weg. Siehst du? Man muss nur still halten. Äh, geh weg. Hau ab. Hey, Hilfe. Oh. Geh weg, du. Ich hoffe, die Wespe sticht Papa nicht. Oh, geh weg, du widerliches Ding. Niemals. Papa Wutz rennt viel zu schnell für die Wespe. Los, kommt, wir essen. Bevor die Wespe zurückkommt. Oh nein, ich hab die Enten ja ganz vergessen. Ich glaub, sie ist weg. Du hast ja gesagt, du wolltest Sport treiben, Papa Wutz. Und ich hab's dir nicht geglaubt. Glück gehabt, dass ich meinen Kuchen nicht verloren habe. Halt, Papa. Die Enten haben noch gar nichts bekommen. Oh. Ihr habt vielleicht ein Glück. Sag Danke zu Papa Wutz. Ach, keine Ursache. Es wird Zeit, dass wir fahren. Sag den Enten auf Wiedersehen. Bis bald, Enten. Auf Wiedersehen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Es ist ein heißer, sonniger Tag. Peppa und Schorsch machen ein Picknick. Hier ist Orangensaft für dich, Teddy. Wie sagt man? Dankeschön, liebe Peppa. Oh, gern geschehen, lieber Teddy. So, und hier ist auch Orangensaft für dich, Sausia. Du musst jetzt Danke sagen. Oh, es war mir ein Vergnügen, Sausia. Möchte einer von euch vielleicht einen Keks kosten? Wir haben keinen Hunger. Äh, Peppa und Schorsch, ihr könnt die Kekse aufessen. Dankeschön, Teddy. Was war das für ein Geräusch? Peppa, Schorsch, schnell. Kommt ins Haus. Mama, da hat was geknallt. Ja, das war Donner. Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt. Mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik. Der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Peppa, Schorsch, habt ihr alle Spielsachen ins Haus gebracht? Sausia. Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Teddy, ich hab Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa. Ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich hab noch viel Zeit. Na also, es regnet noch lange nicht. Armer Teddy, er ist ganz nass. Guck. Ja, armer Teddy. Wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Tschi. Und was ist mit mir? Ich bin auch ganz nass. Oh, armer Papa. Schnell abtrocknen. Und schon bist du wieder warm und trocken. Hm. Oh. Jetzt ist der Regen drin. Es tropft auf den Boden. Oh je. Was sollen wir tun, Papa Wutz? Kein Problem. Und schon hat Papa Wutz eine Lösung gefunden. Sehr gut, Papa Wutz. Baby eierleicht. Ey, was? Schnell. Es muss unbedingt noch ein Behälter her. Sehr gut, Peppa. Baby eierleicht. Mama, der Donner donnert aber laut. Aber du musst keine Angst vor dem Gewitter haben. Kommt, wir zählen die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Je später es donnert, desto weiter weg ist das Gewitter. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf. Fünf Sekunden. Das Gewitter verzieht sich schon. Und schon ist das Gewitter vorbei. Hurra. Nach dem Gewitter ist der ganze Garten voller Matschepfützen. Peppa liebt es, durch Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, durch Matschepfützen zu springen. Ich mag Gewitter. Dann gibt's Matschepampe. Plitsch, Platsch, Plotsch, Plitsch. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Peppa und ihre Familie besuchen Onkel Wutz, Tante Wutz und Cousine Chloe Wutz. Onkel Wutz schläft nach dem Essen bestimmt wieder ein. So wie immer. Papa Wutz, das solltest du über deinen eigenen Bruder nicht sagen. Schon gar nicht vor den Kindern. Aber stimmt doch. Onkel Wutz isst immer zu viel und schläft danach ein. Danach schnarcht er laut etwa so. Peppa, Schorsch, vergesst, was ich gerade über Onkel Wutz gesagt habe. Ist gut, Papa. Peppa und ihre Familie sind bei Onkel und Tante Wutz zu Hause angekommen. Hallo, Tante Wutz und Onkel Wutz. Hallo. Hallo zusammen. Hallo, großer Bruder. Onkel Wutz ist Papa Wutz Bruder. Chloe Wutz ist Peppas und Schorschs Cousine. Hallo, Chloe. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Ich muss euch was zeigen. Warte auf uns. Das ist mein neues Puppentheater. Mein Papa hat es für mich gebaut. Boah. Ich habe schon zwei Puppen gebastelt. Diese hier heißt Chloe. Hallo, ich bin Chloe Wutz. Und das hier ist mein Papa. Onkel Wutz. Hallo, Peppa. Ich bin Onkel Wutz. Chloe, können ich und Schorsch auch eine Puppe basteln? Ja. Chloe malt der Puppe ein paar Augen. Darf ich den Mund malen? Ja, klar. Ich heiße Peppa. Schorsch, welche Puppe möchtest du denn haben? Sousia. Ein Dinosaurier? Für Schorsch ist einfach immer alles ein Sousia. Na gut. Eine gruselige Saurierpuppe. Chloe bastelt Schorsch eine Saurierpuppe. Und noch spitze Zähne. Fertig. Ein gruseliger Saurier. Essen ist fertig. Wir kommen. Und nach dem Essen spielen wir Puppentheater. Hurra. Tante Wutz hat Spaghetti gekocht. Diese Spaghetti sind so lecker. Die besten Spaghetti überhaupt. Man merkt, dass ihr zwei Brüder seid. Ihr seid euch sehr ähnlich. Wie meint ihr das? Wir sind doch ganz verschieden. Peppa, Schorsch und ich spielen für euch gleich Puppentheater. Wunderbar. Ruft uns, wenn es so weit ist. Bis später. Ein Puppentheater. Das klingt gut. Habe ich noch Zeit für ein bisschen Spaghetti? Bekomme ich auch noch welche? Gleich beginnt das Puppentheater. Hallo. Ich heiße Chloe. Und ich bin Peppa. Ah. Ein Dinosaurier. Ein gruseliger Saurier. Wirklich. Das ist sehr gut. Bravo. Ich bin Onkel Wutz. Hallo Onkel Wutz. Hallo Peppa. Ho, ho, ho. Sieht wirklich aus wie du. Aber mein Bauch ist eigentlich nicht so dick. Ho, ho. Hat mir mein Essen geschmeckt. Onkel Wutz, schläfst du gleich wieder ein und schnarchst so wie sonst immer? Wie meinst du das? Papa sagt, du schläfst ja immer ein und schnarchst ganz laut. Etwa so. Oh, ho, dein Papa hat recht. Ich schnarche wirklich immer so. Papa Wutz, du hättest das über Onkel Wutz nicht sagen dürfen. Ich glaube, Papa Wutz und Onkel Wutz können uns nicht hören. Papa Wutz und Onkel Wutz sind eingeschlafen. Man merkt, dass sie Brüder sind. Ist was passiert? Hä? Hat das Puppentheater schon angefangen? Ha, 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 ha. på Ichge Messi Auf Us Auf fatty said wir können uns nicht hören. Immer wenn es sich allora passiert. Wir sehen uns schon jetzt schon wieder. Bis mal. Bis mal. Bis mal. Bis mal. Bis mal.